Hallo, mein Name ist Kalle Gehrig. Ich bin Kandidat für Die Linke zur Landtagswahl in NRW. Ich kandidiere auf Platz 8 und ich bin heute hier auf der Klima-Demo, weil das Thema Wohnen und Klima ganz eng zusammengehört. Und wir sind auch dafür, dass energetisch saniert wird, weil der Planet ist am Kochen, da muss was unternommen werden. Wir sagen ganz klar, energetisch sanieren ja, Mieterhöhung nein. Ja, Mieterhöhung nein.